Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Leute. Ah, das war ja Chaos pur. Das war echt Chaos pur. Also, huch. Ähm... Boah, ich lock Nina mal jetzt auf ne falsche Fährte. Vielleicht auch nicht. Wollte jetzt diesen Witz machen, weil sie beim letzten Mal gesagt hat, dass ich Imposter bin, weil ich direkt nach rechts gerannt bin. Und jetzt bin ich den kompletten Umweg gelaufen. Oh mein Gott, war das unwichtig, aber okay. Hey, ich bin jetzt hier. Ah, Leute. Ich wollte gerade sagen, ich habe gestern einmal hingekriegt, die Karten zu swipen. Soll ich mir mal den Spaß machen und einfach mal jemanden verfolgen? Doppelcheck, ob ich auch wirklich gemutet bin. Wir machen uns nicht den Spaß und folgen jemandem. Danke, Chris. Danke. Ach, Leute. Warte. Ist schon jemand tot? Schreib einfach mal Hallo. Kann mich bitte jemand finden? Das wäre ganz nice. Geht jetzt jemand nach oben? Hä, ist Sandra in meiner Leiche vorbeigelaufen? Ich glaube, Sandra ist der zweite Imposter. Ich glaube, wenn sie da durch die Tür geht, dann... Ja, gleich zwei. 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 Ich habe Nina gefunden. Und zwar eine Electrical. Ich habe noch zu meinem Chat gesagt, ich war in Admin, habe geguckt. Es waren zwei Leute in Electrical. Und ich meinte, ich habe das Gefühl, da ist jemand gestorben. Bin da hingegangen und Nina lag da hinten. Aber die Person muss auf jeden Fall gewendet sein oder schon sehr früh raus. Nachdem du bei mir und Karten geswipet hast, bist du gleich ins Electrical gegangen? Ne, ich war erst bei Admin. Also ich war erst auf der anderen Seite von dem Kartenswipetisch und habe geguckt, da sieht man ja, wo die Leute sind in welchen Räumen. Ah, und da hast du gesehen. Da habe ich gesagt, da ist jetzt bestimmt jemand gestorben. Und bin da hingegangen und dann lag da Nina es leicht. Falls irgendwas mit der Lautstärke nicht stimmt, dass irgendjemand zu laut zu leise ist, und ich habe das einfach in den Chat, dann kann ich es nicht anfassen. Pascal habe ich da tatsächlich noch gesehen. Ich bin gerade in Admin reingelaufen. Ich habe dann Peron im Tisch gesehen und vorher war ich in dem anderen Bereich. Also auf der anderen Seite. Welche Tasks hattest du denn? Ich war gerade in Metcler und habe die kleinen Gläschen gemacht. Und jetzt gehe ich raus, weil ich muss ja warten, dass meine Gläschen fertig sind. Nina ist mir eben noch in den Film gekommen, weil bei Kameras sind wir uns begegnet und ich bin halt hoch und in die Cafeteria. Okay. Und da habe ich dich ja bei Medbay rauslaufen sehen und ich weiß, dass von Electrical nach Medbay ein Vent ist. Sonst habe ich keinen gesehen. Wen hast du dort gesehen? Wann war das? Becky eben gerade. Also ich habe meine Tasks eben gemacht und bevor ich diese Tasks angefangen habe, habe ich sie halt aus Medbay rauslaufen sehen. Genau. Ich war erst unten in Storage, da habe ich Mini gesehen, da haben wir den Trash gemacht. Wir waren vorher rechts die ganze Zeit und da bin ich zu Medbay hoch. Warte mal Micha, und du warst in Medbay? Ne, ich bin nur an Medbay vorbeigelaufen. Von den Kameras, zu denen man auch aus Electrical wenden kann. Hallo Boha, da bist du heute. Ich war vorhin in Electrical, aber da war keiner. Und bin dann halt links hoch, um halt die Tasks, um links in der Cafeteria zu machen mit den Kabeln. Und da habe ich halt Becky aus Medbay rauslaufen. Ich dachte, du warst bei den Kameras, Micha. Das bestreite ich auch nicht. Ich bin auch aus Medbay rausgegangen. Ich bin auch gar nicht bei den Kameras. Aber ich bin nicht gewertet. Ich habe Nina bei den Kameras begegnet, weil wir uns da entgegen gelaufen sind. Okay, aber dann würde ich auf jeden Fall Becky mal im Hinterkopf behalten. Ja, wie immer. Sorry, Micha, das war so übrig. Hey! Ah, Leute. Ich war zumindest... Also es könnte sein, dass ich als erstes gestorben bin. Es könnte aber auch sein, dass ich als zweites gestorben bin. Es ist beides möglich. Ich lebe einfach damit. Okay, also Becky und... Chris sind's. Ich glaub's zumindest. Ich glaube, Chris ist... ...grün. Ich bin irgendwie der Meinung. Das ganze coole ist, dass man halt als Geist rumfliegen kann. Und dann ist man einfach schneller überall. Aber es bringt ja auch genau genommen nichts. Außer, dass man halt die Tasks löst. So, hier ist Mini. Da ist Micha. Wo sind die beiden? Da ist Becky. Oh je, Becky. Oh je, Sandra. Oh je. Oh je. Warum steht da, dass ich gewartet habe? Ich habe nicht gewartet. Oh je. Macht sie's? Macht sie's nicht? Ah, sie hat sie jetzt killen können, weil es war Chris, der reinkam. Aber okay. Hat sie eben nicht gekillt. Wenn ich die Einzige, die bei einem Morgen erst nicht auf die Rechtschreibung achte und mich dann an Gesetze schreibt, fällt mir gerade auf, weil du mit Punkt und Komma schreibst. Also ich dachte da auch nicht auf Rechtschreibung. Ich bin da glaube ich so ein bisschen penibel, dass ich da bei mir selber so hin und wieder drauf achte. Halt nicht immer, aber wenn jetzt so ein Gespräch am Laufen ist mit mehreren Leuten da im Chat, dann achte ich da auch nicht so hundertprozentig drauf. Aber wenn man halt so zu zweit da ist und dann, hallo, dachte ich da auch schon drauf. Hi. Hallo. Hi. Ich habe gerade Mini noch verdächtigt und jetzt ist sie tot. Hallo Infi. Ne, herzlich willkommen. Ja. Ich finde Mini auch sass, aber. Okay. Becci? Ja? In Navigation, Security, sorry, Security. Becci, welche Tats hast du bei Electrical machen müssen? Ich hatte die Kabel. Und dann hatte ich noch dieses Stückchen weiter rechts, wo du drücken musst, wenn dieses, ich weiß nicht wie das heißt, mit den Farben, mit gelb, blau und rot oder so. Achso, mit 1, 2, 3. Ja, ja, das kann ich nicht. Ich auch nicht. Same. Ist das Kabel-Task ganz links oder die in der Mitte? Ne, die war links. Weil ich bin nämlich ein bisschen irritiert, weil ich war mit Becci zusammen in Electrical und hatte diesen Kabel-Task und diesen Schalter-Hochschieb-Task. Und Becci stand sehr, sehr lange an dem Kabel-Hochschieb-Task. Ich glaube, sie wollte Kabel faken und hat mich gemerkt. Ne, ich habe in meinem Chat gesprochen. Okay. Weil ich bin dann rausgegangen. Also die Ausrede schlechthin bei Mongas. Ja, ich habe in meinem Chat gesprochen. Wir haben aber auch mal mit Electrical gefixt hier. Ja, ja. Warte mal. Warte mal. Da kommt noch was. Ich bin dann rausgegangen und dann war jemand mit in Electrical, also jemand ist in Electrical reingegangen. Ich glaube, Piero vielleicht. Und dann dachte ich... Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls dachte ich dann was mit spielen. Irgendwie ist das komisch. Ich gehe dann lieber noch mal rein. Aber die Person noch lebt, die da mit rein ist. Das habe ich nicht gespielt. Ich wollte zu Electrical und bin dann aber abgedreht, weil das Licht fertig war. Als es ausgedreht war. Ich war auch in Electrical und wollte auch das Licht fixen, aber es wurde schon gefixt und dann bin ich auch wieder rausgegangen. Genau, weil ich kann dann erst raus aus Electrical und es hätte, sorry, doch Becky war's. Und dann hätte es nämlich theoretisch auch ein Ventkill gewesen sein können in Security. Dann wieder zurück zu Electrical und dann ganz easy bei Electrical rauslaufen. Das möchte ich nur in den Raum stellen. Ich weiß nicht, ob es so war. Also Piero. Eben bei mir. In Electrical. Ja, aber doch nur kurz. Ganz anwähling. Pascal, wo warst du? Ich war jetzt gerade ganz am Ende. Genau. Dann in Richtung Electrical. Wem würdest du Voten Arrow jetzt? Sollte, nächste Runde läuft nicht einfach. Äh, ich hab gar keine Ahnung. Schade. Micha hat auch Becky gewartet. Ja, ich hab Becky gewartet. Ja, Micha hat schon die ganze Zeit auf mich abgesehen. Da würde ich mal gucken, Leute. Da würde ich mal gucken, Leute. Weil ich dich bei MadBell gesehen habe. Ah. So. Okay, dann müssen wir noch Kabel fixen. Wieso bin ich so doof für diese Tars? Wieso bin ich so doof für diese Tars? Das ist einfach die einfachste Task, die es gibt. Nicht so doof dafür. So, O2 drüben. Ich glaube, Mini wurde auch von Chris getötet. So. Habe ich noch was zu tun? Drüben im Reaktor? Natürlich. Aber ich schweb da mal kurz Chris hinterher und schau mal so, was er macht. Oh. Ich dachte schon, das wäre jetzt das Ende von Pascal gewesen. Oh. Minis Bibi sitzt hier. Das ist voll traurig eigentlich. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Niemand will das Licht fixen. Okay. Who done it? Wo? Hallo, Leute. Hallo. Ich bin gerade irgendwie gefühlt als Einzige, zu den Lichter fixen gegangen. Ich wollte es nicht. Und direkt vor diesen Lichtern lag Pero tot. Also ich habe Pascal in storage gesehen, weil ich unten am Trash war und er ist links Richtung electrical gelaufen. Ich wollte Trash machen und wollte den Licht fixen gehen und dann kam schon der Report. Ich sage kurz meinen Ablauf. Also ich war, ich wollte zu electrical gehen, dann wurde die Tür zugemacht und das war aber noch bevor es wirklich zu lights out kam. War er da so wow. Dann war ich in Security gegangen, hab da mich da irgendwie beobachtet, wie sie da so rumguckt und so ein Kram. Ich bin nach hin und her gegangen. Dort habe ich auch Juli getroffen. Dann bin ich zurückgegangen, als das Licht wieder angehen und damit die Tür auf. Ich bin nämlich zu Security gegangen, weil ich Hoffnung hatte, jemanden zu catchen, wer aus dem Band kommt. War aber nicht so. Ja, Misha stand vor den Kameras die ganze Zeit. Und Sandra, wo warst du? Ich bin runtergelaufen und wollte jetzt dann letztlich doch zum Licht, obwohl ich eigentlich nicht wollte. Aber dann bin ich wieder hochgelaufen, weil ich dachte so, ich gucke jetzt mal, ob Juli noch lebt. Weil Juli stand nämlich am Simon Says und Pascal ist hochgelaufen. Und ich dachte, einer von beiden könnte ja sterben. Deswegen habe ich dann das Licht nicht machen wollen und bin hochgelaufen. Und weil ich wollte ein frischer Tat ertappen, was natürlich nicht geklappt hat, weil Juli und Pascal waren beide weg. Stattdessen habe ich Misha bei Camps gesehen. Hä, aber wir haben doch Misha auch bei Camps gesehen. Ja, auch wenn ich das mega saß, aber ich war halt in den Camps und hab gar nicht gemerkt, dass das Licht ausgegangen ist. Ja, aber das Licht war aus. Ich habe mich ja nur gesehen, weil ich sehr nah hingelaufen bin. Also ich weiß gar nicht, ob das Licht inzwischen jetzt wieder angegangen ist. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, aber... Das weiß ich auch nicht. Ich habe mich halt gewundert, weil Pascal ist halt immer so hin und her getanzt, da in dieser Kreuzung. Genau, weil ich halt aus dem Sichtfeld des Wendt gehen würde. Na, okay. Ja, und was Sven sind self-reportler? Glaube ich nicht. Aber lass mal Arrow auf jeden Fall nehmen. Wir haben auch nicht mehr so viele Leute, dann fangen wir das zumindest schon mal durch. Und dann können wir... Also warte mal, Entschuldigung, bevor wir das jetzt machen, wieso bist du Sass of Arrow? Ja, verstehe ich auch nicht. Ausschussverfahren, Ausschussverfahren. Ich bin auch Pascal, aber er ist eigentlich auch nicht alt. Genau, ich bin Sass auch Samara und Arrow. Er war einfach von dem Gespräch einfach nichts mitbekommen durch den Chat. Äh, der Misha hat sich elektrisch gelaufen. Ich weiß nicht, wer dich wählen soll. Also wegen einer halbenlosen Aussage von Pascal. Wir haben gewonnen. Finde ich auch ganz schön krass, also... Wir haben nur den anderen mehr, sagen wir es mal so, und wir sind noch ganz wenig Leute. Juli und Pascal mich wählen. Wir sind ganz wenig Leute, das war mein einziger... Ich weiß nicht, sorry, falls es falsch war, aber es war ja richtig... Nein, das war falsch. Sorry, weil es falsch war, das war die... Oh ja. Sie sind denn da. Nina ist total traumatisiert, weil ich sie abgehört. Aber Chris, wie frech war bitte dieser Kill mitten in der Cafeteria? Und Sandra ist vorbeigerannt. Und ganz ehrlich, ich hatte was gut zu machen, wo du mich ganz frech letztens mal getötet hast. Jetzt sind wir quitt. Wow. Ja, Chris, und wann sind wir mal quitt? Aber ich möchte... Nina, möchtest du reden? Ist alles okay? Warum singst du Halleluja? Ja, weil ihr tot seid, weil ihr rausgeworden wurdet. Becky, ey, du hast es doch auf mich abgesehen, oder? Becky, es ist so krass geworden. Du tötest mich dringend als erstes. Einfach weg mit der Nina. Shanti, hallo, danke fürs Folgen. Hörst du willkommen. Ich habe einfach in der Sekunde gesagt... Ich habe meine YouTube-Aufnahme begonnen und habe dann gesagt... Ja, hier ist noch... Also, ich habe gerade alle aufgezählt. Ja, hier ist noch die Becky. Und dann habe ich gerade gesagt, die hoffentlich nicht. Und in der Sekunde... Hey, Hanna, das ist kostenlos. Das ist hier einfach bei den Hüten mit dabei. Es kam in einem Update, glaube ich. Also, das ist dabei. Oh nein. Oh nein. Jetzt mache ich diesen Trick, weil ich gerade eben zu Nina gesagt habe, wenn ich nach rechts renne, um sie zu trollen. So, hier ist, glaube ich, dieses... In die Mitte packen. Ah, soll ich es riskieren? Nein, ich riskiere es nicht. Ah, zum Glück habe ich es nicht riskiert. So, und jetzt mache ich mein Pew Pew. Was ich nicht machen kann, weil ich ja Impostor bin. Und ich... So, das ist jetzt bestimmt Zass gewesen, aber ich habe einfach mal... Also, ich werde einfach mal gucken, ob sie irgendwie drauf anspringen. Ah, Oxygen. Hier ist nur Chris. 7, 1, 2, 9, 9. So. So, elektrisch muss ich. Oh man, welche Taste wird nochmal killen? Das war cool, oder? Aber hier ist auch niemand. Bleibe ich einfach mal hier stehen. Oh, ich habe so schwitzige Hände, wenn ich Impostor bin. Okay. Oh, ich habe so Herzklopfe, Leute, ihr müsstet meinen Herzschlag hören. Ich bin nicht tot, Becky ist es nicht. Hallo. Hallo. Ich habe sie gerade einen Liebessong gesungen. Ich hoffe, jemand hat einen Clip gemacht. Okay. Woran gleich? Ich habe Pascal gerade in Electrical gefunden, aber mir kam keiner entgegen. Ich habe mich gesehen. Der Superdetektiv wurde als erstes ermordet. Offensichtlich, Becky, sag ich schon. So, Elektrik. Misha habe ich gerade gesehen, die ist unten langgelaufen zu Electrical. Es kann natürlich sein, dass sie reingelaufen ist und getötet hat oder wirklich gefunden hat. Also, sie ist auf jeden Fall gerade von Storage rübergelaufen. Ich könnte Julie, Becky und Mini prüfen, weil wir gerade alle zusammen da bei dieser Karten-Dingsbums da waren. Ja, habe ich gesehen. Kurze Frage. Sieht man die Toten auch beim Admin-Panel? Ja. Ich glaube, ja. Ja, okay, weil es hat mir zwei Leute angezeigt. Und für mich vielleicht war es auch ein Zufall, aber Karten ist ja auch eine Common Task, also für jeden. Warte, die Geister sieht man doch nicht auf dem Admin-Table. Wenn die tot sind, dann... Wenn die Leichen da liegen, dann die Geister nicht. Was sieht man jetzt? Den Körper sieht man noch, aber die Geister nicht. Genau. Ah ja, okay. Ja, es hat mir auch zwei Leute angezeigt. Ah, okay. Wenn jemand im Band ist, wird er dann auch angezeigt. Das war es nicht. Das hat mir keine Ahnung. Mit diesem Täter kann ich mich halt auch überhaupt nicht aus. Aber wenn jemand aus dem Lechschwikel nicht rausgeht, dann ist es meistens eine Leiche. Ja. Wo war denn der Rest, der nicht in Admin war? Oh Gott, wie die Karte? Die Einzelnen, die ich an die Karte schicken, waren Piero und Mischa, weil die Karte ist definitiv eine Common Task. Ja, ich bin da gerade hoch und bin dann übergelaufen. Genau. Ich bin da gerade hoch, aber dann habe ich gemerkt, okay, O2 ist vorbei, dann wollte ich halt zurück zu Electrical, um da meine Tasks zu machen und hab dann halt Pascal da gefunden. Aber Mischa und ich haben uns in Navigation getroffen. Da haben wir einen Upload, glaube ich, oder einen Download gemacht und da habe ich noch so gedacht, oh, Mischa könnte mich jetzt töten. Ja, also ich skippe. Also Mischa war eigentlich, ich skippe. Chris, warst du das schon wieder? Oh, falscher Knopf. Hallo, Lalaloo, herzlich willkommen. Hi, ich heiße euch herzlich willkommen zu... Karte. Zu Among Us und ja, ich bin ein Poster. Ist cool, ne? Also, ich bin voll den Umweg gelaufen, Leute. The Dancedog, herzlich willkommen auch dir. Aha, ich kann dich schon wieder im Electrical killen. Ja, weil... Ich kann ja auch sabotieren. Tschu, ich mache da einfach mal die Tür zu. Okay. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich kann irgendwie das... äh, das Licht ausmachen. Warte mal. Ah, nein, da ist Minnie. Kann ich dir die Karte... Ah, nee. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, ich bin so schlecht in dieser Runde. Ich brauche noch ein bisschen Übung als Imposter. Ah. Okay, da kann ich bis jetzt noch nichts machen. Ich bin immer schon ready, um auf Kill zu drücken. Ah, ich bin so schlecht, Leute. Ich riske es einfach mal. So, dann... Oh, das mit dem Lights fixen, das ist, glaube ich, eine richtig, richtig gute Idee. Weil, jetzt findet vielleicht niemand Chris. Shanti, herzlich willkommen und Hallöchen. Hä, wieso waren irgendwie alle hier? Oh nein, das macht mich doch jetzt sass. Macht mich jetzt sass. Äh, hast du den Glückskeks? Ja, den habe ich schon geöffnet. Ich mache jetzt einfach mal Simon Says. Äh, den hatte ich schon geöffnet. Ich glaube, der liegt hier auch noch. Äh, Moment. Welcher war es denn? Kinder, hallo, herzlich willkommen. In dem Glückskeksstand genießen Sie eine Woche Wolke 7. Ah, Chris lag in Navigation. So, eigentlich... Also, von der Cam her müsste man es noch gesehen haben. Bei dem Navigation-Gang. Hallo. Also, Misha hat gerade auf die Cam geguckt. Ich war in den Cam und ich habe nichts gesehen. Okay, vielleicht lag er genau außerhalb der Sichtweite. Aber ich glaube... Also, er lag noch im Gang drin, nicht im Raum. In welchem Gang, sorry? Bei Navigation, das hat man auch... Ah, okay. Also, Nina war es nicht. Sandra auch nicht. Ja, ich habe auch Nina gesehen und Sandra gesehen. Juli habe ich auch gesehen, genau. Ich war auch Nina und Sandra nicht auf der rechten Seite. Also, ich kann auch nicht sagen, wer da rumgelaufen ist. Also, ich war, glaube ich, nur auf der linken Seite die ganze Zeit. Nina habe ich eben auch gesehen. Wer wollte, hat Alibi ein Mettbein verschlafen? Juli und... Mara, hallo. Und Nisha aus Misha, kann ich ja sein. Liebe zurück. Und Talos, ich bin jetzt die zwei herzlich willkommen. Ja, weil da war ich gerade im Electrical und dann kamen alle eigentlich rein, außer Chris. Aber vielleicht war er also schon tot zu dem Zeitpunkt. Stimmt. Und so eine Misha stand auf dem Szenen, aber ich kann nicht sagen, ich hatte die Aufgabe nicht. Deswegen konnte ich nicht gucken, ob sie sich... Ich habe Informationen beizutragen, die mir gerade eingefallen sind. Ich war nämlich in Navigation, aber ist schon eine ganze Weile her. Und dann habe ich aus dem Augenblick, also Chris ist mir noch entgegengekommen und jemand ist nachgelaufen. Und ich meine, es war Anna, weil ich noch zu meinem Chat gesagt habe, ich muss in die Cafeteria oben links und habe gesagt, wer ist da gerade noch nachgelaufen? Ich glaube, es war schwarz. Ja, ich war in Navigation, habe dann meine Task gemacht und dann bin ich zur Cafeteria. Dann ist das Licht ausgegangen und ich bin runtergekommen. Aber da hat Chris noch gelebt. Wie bitte? Wo warst du? Rechts oder links? Oben rechts. Also Anna war auch an den Camps und ich war nämlich zuerst in den Camps. Ja, ich habe es gesehen. Ich bin nämlich weggegangen und dann bist du hoch und ich wollte gucken, ob du tot bist. Aber da, ihr wartest zusammen in den Camps und hab mich gehofft. Also ich habe mich auch gesehen, da dachte ich mir erst so, Mini, was machst du denn da? Und dann habe ich mir so gedacht, okay, sie guckt wahrscheinlich, ob ich tot bin. Aber Nina und Andra, was habt ihr denn im Net-Day gemacht? Ganz gute Frage, Leute. Sandra und ich wollten voll nach Wenden. Aber ja, es hat nicht geklappt. Ja, genau, ihr wart nämlich auf den Wend beide. Und ich habe so gesagt, so, vielleicht haben sie beide gewendet. Ich habe geskippt. Ja, wir haben beide gewendet. Ich habe gewendet. Ich wollte für mich selbst. Ich habe gewendet. Ja, das war nicht so viel. Ja, wir müssen die Tasks hochstellen und die Crew-Vaid-Mischen runter. Ich glaube, Tasks hochstellen. Ja, genau. Und wenn das Licht ausgeht, das sieht man auch viel zu viel. Habe ich auch gerade gesagt. Deswegen hatte ich gefragt, wegen den Einstellungen. Ich gehe jetzt mal zum Karten-Swipen. Weil das habe ich ja offiziell noch nicht gemacht. Und ich kann hier auch ein bisschen stehen bleiben, weil ich sehr schlecht darin bin, Karten zu swipen. Hallo, mein Name ist Lilith. Oh, das ist ein cooler Name. Darf man, wenn man nur bei dir zuschaut, Vermutungen machen, was hasst es? Äh, das könnt ihr machen, aber ich werde, wenn ich Crew-Mate bin, nicht in den Chat gucken. Mal gucken, wer an den Camps ist. Ne, ich gehe erstmal hier oben rein. Ich mache hier dieses blüb-blüb-blüb. So, klick, 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 klick. So hat er den Hahn. So, Sandra hat mich beobachtet, das habe ich gesehen. Sandra hat ein Auge auf mich geworfen, quasi. Mich schaust einfach hin und her. Du warst ja schon viermal im Electrical in dieser Runde. Ja, aber mich hat da niemand gesehen. Deswegen, ich kann quasi so häufig, wie es geht, ins Electrical laufen. Und es checkt halt einfach keiner. Ah, Lights Fixes hat jetzt immer so ein Problem. Weil ich weiß gerade nicht, wie groß die Vision ist. Okay. Ah, wo muss ich denn noch hin? Jetzt gehe ich mal hoch zu Weapons. Kann Misha bitte auch jemanden killen? Was mache ich hier? Dieser Chim-Chim-Chim-Chim? Okay, jetzt hat mich sowieso niemand dort gesehen. Von daher, ich tue jetzt einfach mal so, als ob ich Blätter mache. Killst du oder lässt du Misha alles machen? Bis jetzt habe nur ich gekillt. Ich habe die beiden Leute gekillt, die tot sind. Ich hoffe, dass Misha auch mal was macht. Ich fühle mich so unter Druck gesetzt. Oh Gott. Meine Tats war doch mal wieder die Entschlagen. Anna und Misha waren es. Anna und Misha waren es. Wie Misha, die die Seite da gewandet ist. Ich? Hä, wer waren es denn jetzt? Es waren Anna und Misha. Misha. Misha und ich. Misha, ich wusste nicht, als du da vor Mini gewandet bist. So soll ich sie jetzt töten? Hat sie jetzt was gesehen? Ich war komplett verwirrt. Ich wollte auch zuerst zum Security-Bug laufen, weil da dachte ich mir so, sie ist extra vor mir gewandet. Und dann hat sich das falsch angefühlt zum Security-Bug. Süß von dir. Und ich dachte, okay, komm, nehmen wir jetzt irgendwie eine Geisel. Tierpflege, hallo, herzlich willkommen. Ich wusste doch, wie Misha's Tatsch ist. Ich wusste das. Hattest du jemand als Geisel? Ja, ich bin Mini die ganze Zeit hinterher gelaufen und bin halt vorher super viel gewandet in Security. Und wann ich... Ich hab mich schon gewundert, warum mir das zu viel war. So was Cooles ausprobieren. Leute, ich muss mal ganz kurz vorhin, ja? Ja, ich muss auch vorhin. Ich muss ganz dringend pieseln. Okay, dann wuchst du mal. Okay, 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 ich bin mal gespannt. Juli, du bist nicht gemutet? Okay, jetzt schon. Ich bin immer so irritiert, wenn jemand, nachdem wir uns verabschiedet haben, noch was sagt. Ist jetzt das Licht schon aus? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, trau ich mich das wirklich? Schnell weg! Oh Gott. So richtig Panik. Okay, ich geh jetzt einfach zu Madbane. So, wer ist hier? Niemand. Ich guck mal kurz, da ist sowieso die Tür zu, von daher guck ich mal, ob ich da jemanden sehe. So Pascal ist da eingesperrt. Pero und Juli sind mit dem Edmund. Mit Pascal. Außer Pascal taucht jetzt irgendwo anders auf. Ah, ich will... Ich will ein bisschen mehr gucken, was die anderen so machen. Oh Gott, was ist das? Oxygen. Oh, ich vergesse es immer, was es ist. So. So. Ist das, ist, 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 ist. Da Oxygen. Da waren sie anscheinend schon. Aber ich vertraue Chris nicht. Weil Chris mich immer tötet. Sobald er die Chance hat, tötet er mich. Nina, Becky und Pascal waren hier. Okay. Nina, Becky, Pascal. So, Task fertig. Becky war noch da. Ich mach hier mein Piu-Piu. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich glaube, Nina ist mit hier. Ich hab das Gefühl, Nina ist im Pasta, weil sie gerade so an mir rumstand. Es könnte aber auch Sandra sein. Es könnte eigentlich jeder sein. Oh Gott. Oh. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Hurraha. Oh nein, ich hab Pascal immer noch gesehen. Ja, ich wollte gerade sagen, wer war denn eben gerade noch alles in O2? Nina war da, Pascal, zum O2-Fixen. Anna war gerade noch am Piu-Piu, hat da noch ihre Dings abgeschrieben. Habe ich noch nicht gesagt, ich wollte erst mal hören, was er erzählt. Also ich hab ihn das letzte Mal beim O2-Fixen gesehen. Ich auch. Und dann bin ich hochgelaufen, da hab ich Anna gesehen und Minnie war oben beim, ich glaub, da bringt man den Müll raus oder so. Und? Links. Hä? Nee. Ich hab auf jeden Fall noch gesagt, oh, da ist Pascal. Ich hab ihn zum letzten Mal gesehen. Und dann hast du Q gedrückt, oder, Pero? Nein. Nein. Ich weiß nicht, ehrliches Gestehen, ich hab Pascal in dieser Runde gar nicht gesehen. Ja, ich auch nicht. Also, ich hab ihn auch nicht gesehen. Becky, wo liegt der denn jetzt gleiche? Der Navigation. Okay. Direkt vor dem Board. Und ich hab ihn das letzte Mal auch bei O2 gesehen. Wer war denn mit uns da? War dann noch... Ja, das frag ich mich auch. Also bei O2... Anna war auch da? Ja, bei O2 waren Becky, Nina, Pascal und ich. Okay. Ja. Ja, also Anna würde ich schon fast echt sagen, dass sie safe ist, weil sie wirklich am Dings relativ lange stand. Und gegenseitig, also wenn du auch sagst, du bist oben langgelaufen. Mini, du hast mich auch gesehen, oder? Ich muss sagen, ich war die Runde ziemlich brain afkar. Ich glaube, Becky... Also ich glaube, ein Safe Report schließe ich bei Becky jetzt einfach mal aus, weil ich war mit ihr relativ lange eingesperrt. Ich schließe ihr gar nichts mehr aus. Es ist nicht so, die will. Ja, also dann sind es Becky und Misha. Ja, genau. Becky ist unten durch. Nee, ich hab, ähm, ja, ich bin gegen die Wand. Also ich sag ganz ehrlich, ich skippe, weil ich nicht in der Nähe war, ich weiß auch nicht, wo. Ja, ich weiß auch nicht, warum. Wir merken uns einfach, wer jetzt gerade da mit bei war und dann... Also ich war immer, dass du am Müll gesehen hast. Becky, Anna und ich, oder? Ja, Becky, Anna. Ja, und ich war dann beim Pew Pew und Nina als Party in the USA. Ich bin da auch gerade dazu. Ja, okay, dann hast du es mir doch gesehen. Ich mach die Blätter gerade. Ich hab dich nämlich gefragt, ob du Impostor bist, aber du hast nicht geantwortet. Ja, es wird auch wahrscheinlich egal. Herzlich willkommen. Ich hab schon gesehen, du kommst von Nina. Herzlich willkommen. Hab ich... Okay, ich hab sie schon fertig. Gut, dann geh ich jetzt runter zur Navigation. Oh, ich hab ein bisschen Angst vor Becky. Bin ich ganz ehrlich. Weil sie war, also... Kann natürlich auch ein blöder Zufall sein. Aber sie war als einziges noch mit bei O2 gewesen. Mit Nina und mir. Aber es kann natürlich auch sein, dass jemand da von unten gekommen ist. Wer ist denn da gerade noch hingelaufen? Sandra. Okay. Okay. Ah. Was ist los? Ich wurde anscheinend gespoilert. Oh nein. Was? Oh nein. Oh nein. Deswegen... Okay, ich wollte es uns nur gesagt haben. Aber mit dem, das heißt, dass man voten muss? Ja, dann votet mich raus. Okay. Weil es hat jemand in den Chat geschrieben, der und der, sorry, dass ich es sage. Oh nein. Und ich versuche eigentlich nicht in den Chat zu gucken, aber jetzt habe ich einmal beinahe Tag drüber geguckt. Ja, Mann. Aber sollt ihr, wenn Anna wirklich rauswoten? Weil Anna kann doch eigentlich weiterspielen, ohne dass sie was da sagt. Wir hatten nur nicht abgesprochen, was wir machen, wenn jemand gespoilert wird. Deswegen habe ich mir gedacht, ehe ich jetzt ein schlechtes Gewissen habe. Also, wenn wir Emergency Cop machen, muss jemand rausgewählt werden. Wir haben es aber jetzt nicht. Ich habe auch geskript. Ja, okay. Aber wie heißt die Person denn? Dann kann man sie vielleicht... Es ist Infinity 2. Oh Mann, sie kommt aber von mir! Ja. Hallo Magda. Ich werde jetzt echt nicht mal in den Chat gucken. Das ist so verlockend, weil der direkt neben meinem Monitor ist. Und ich sehe, wenn sich was bewegt, dann gucke ich automatisch gefühlt hin. Aber ja. Äh. Okay. Also Leute, wenn ihr spoilert, dann gibt es ein Timeout. Und wenn ihr das mehrmals macht, gibt es einen Bann. Weil das nimmt uns die Freude mit Bielen. Das nimmt euch die Freude. Weil das ist ja eigentlich so ein Detektivspiel. Und ich werde nicht mal in den Chat gucken, wenn ich jetzt Crewmate bin. Ich habe es gelernt. Aber bisher, also ich muss sagen, letzte Woche hat das super funktioniert. Da hat niemand gespoilert, soweit ich weiß. Und ähm, ja. Ich meine, jetzt theoretisch könnte ich in den Chat gucken, weil ich... Das wollte mir ja gespoilert, ne? Ja, Timeout geht zehn Minuten. Ah, das ärgert mich jetzt. Hallo. 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 Leute, ich habe was gesehen. Ich habe, ich war gerade vor electrical. Aufgeregt. Ja, ich bin, ich freue mich immer, weil ich das sehe. Ich habe gerade was gesehen. Ich stand vor electrical und wollte halt rein. Und da ist Becking noch an mir vorbeigelaufen. Die ist dann Richtung Search, glaube ich, weiter abgedient, da wo die Benzin-Task ist. Und Anna kam mir aus electrical entgegen. Ich bin hochgegangen und da liegt Pascal tot. Ist das bei dem, als die Lichter aus waren, passiert? Oder? Aber Pascal war doch schon tot. Pascal hat nach vorgehen runter tot. Die ist gestorben. Ja. Und Anna, das ist ein bisschen komisch. Du kannst es ja weißen, wo man sich das anschauen muss. Wie schafft man das Medium? Ja. Warte, ich hoffe jetzt gar nichts mehr. Micha, wo hast du eine Leiche gesehen? Ich bin auch gerade verwirrt. In Pascal. In electrical. Ich stand gerade vor electrical, da war die Tür zu. Becky ist an mir vorbeigedüst. Sie ist nach Storage. Und als die Tür aufging, kam Anna raus. Ich bin dann halt hoch und meine Tasks machen. Und dann liegt da der tote Pascal. Pascal war bei der Runde davor schon tot. Und ich glaube nicht, dass Anna sagt, dass zwei Leute ihr das gespoilert haben, sie es selber ist. Ich glaube, ich auch nicht, dass sie es selber ist. Ich glaube, ich auch nicht, dass sie es selber ist. So, ich finde es ein bisschen anders. Der liest Pascal. Das kann auch nicht sein. Nein, der wurde schon ein bisschen davor tot. Die wurde orange angezeigt bei mir. Bei mir auch. Bei mir auch. Ist ja auch egal. Also, Andra hat mich am Samstag auch im Decontamination gesehen. Aus electrical kann man ja auch rauswenden. Äh, ups. Eben. Vielleicht hat Anna was. Also, ich glaube auch nicht, dass es Anna ist. Also, ich glaube nicht, dass es Anna ist. Ich auch nicht. Also, ich bin mehr verwirrt, dass Misha sagt, dass der Pascal. Ich auch. Also, entweder troll. Also, was heißt es wäre, dass wir wollen. Wir glauben nicht, dass es Anna ist. Es ist definitiv nicht Anna. Ich glaube auch nicht, dass du unbedingt wirst, Misha. Also, Juli würde ich übrigens auch in Schutz. Nein, erst mal. Oh, danke. Das weiß ich nicht. Aber Misha hat ja schon so eine Trollnummer gemacht mit den Wenden, Wenden, Wenden. Vielleicht versucht sie uns jetzt auch gerade in die Irre zu führen. Das ist auch irgendeine Challenge oder so. Also, Misha, die Leute, also, oder du, Wischiwaschi. Was machen wir? Ich skip, das ist was ich auch erst mal. Aber wir behalten Misha am Auge. Ja. Terror, ich brauche ich mit dir zusammen rum, falls du das noch nicht bemerkt hast. Ja, genau. Und ich hatte kurz Angst, aber dann nicht mehr. Okay. Backseat Gaming ist, wenn ihr mir sagt, ja, mach das, mach das, mach das, oder haltet ihr es bei Among Us, wenn ihr spoilert. Das ist Backseat Gaming. Aber das war eigentlich, also es wäre theoretisch ganz clever gewesen, von Misha mir das in die Schuhe zu schieben, wenn ich nicht, ne, spoilert worden wäre. Wie schnell ist die bitte gelaufen? Ich hab keine Ahnung. Ich bin ne schwarz, sass und süß. Oh, lalalu, wie niedlich. Äh, das. Ich mach jetzt einfach meine Aufgaben. Wer hat gespoilert? Äh, die Person ist schon im Timeout. Und wenn nochmal gespoilert wird, gibt's noch ein Timeout. Und beim dritten Mal, beim dritten Vergehen quasi, gibt's nen Bann, leider. Also bitte, bitte nicht spoilern. Ich bin jetzt fertig mit meinen Aufgaben, aber ich bin trotzdem noch ein guter Crewmate. Es wäre eigentlich gut von den Impostern, wenn sie mich halt einfach killen, weil ich halt einfach weiß. Ich pass jetzt auf Peru auf. Tot, tot. Ein toter Körper. Und wo? Nein. Wo wart ihr? Was habt ihr gemacht? Electrical und hab's Licht gefixt. Wer, also Chris war da, wer noch? Ich war auch da. Misha war da. Ich bin gerade hingelaufen von Reactor. Waren da jetzt also alle außer ich? Äh, nee, nee, ich war an den Kameras. Okay, das habe ich gesehen, Camps waren an. Hast du was bei den Camps gesehen? Ja. Was denn? Ich hab gesehen, wer gekillt hat. Was? Uh, erzähl, hau raus. Hä, aber sieht man das auf den Camps? Ja, auf den Camps hat es Licht nicht auf. Angeblich schon. Nee, ich meine, weil die Leiche so liegt, ist da eine Kamera? Wer war denn alles in Admin? Was hast du denn gesehen, Juli? Nur kurz, wer war in Admin? Äh, ich nicht. Ich war wohin kurz in Admin und hab meine Karttast gemacht und bin dann runter, als das Licht ausgegangen ist. Also ich bin gerade von Cafeteria runtergelaufen gekommen und bin dann in Cafeteria reingelaufen. Also ich war einfach vorher auch schon mal in Admin, aber dann bin ich weggelaufen, weil da war noch Misha. Ach so, ich hab dich nämlich nicht wieder rauslaufen gesehen. Na gut, also ich hab Misha gesehen, wie sie den Kill gemacht hat. Ich wusste es. Ich wollte nur wissen, ob Nina auch sass ist. Bin ich es nicht? Ich dachte, du wärst die ganze Zeit in Admin gewesen und hättest, wärst vielleicht die Verbündete von Misha, weißt? Oh oh. Müsste ich nur prüfen. Bye, bye, bisschen mehr. Wenigstens keine Lava, komm. Ey, aber Sandra, du lebst immer noch. Ich bin so stolz auf dich. Ja, du bist einfach dritter Imposter, gerade Kopf hoch, einfach ein bisschen Chaos. Ja, ich kann ja nicht so viel machen. Ich lauf... Vermutungen darf man sagen. Also wenn man findet, dass jemand sass ist und die anderen Streams nicht schaut, dann darf man das sagen. Das kann ich natürlich schlecht nachvollziehen, ne? Aber die Person hat ja direkt gesagt, sorry, dass ich es sage. Und das klang für mich halt sehr nach, ich weiß es. Und da ist es dann natürlich ein bisschen blöd. Juni steht da unten rum. Ich wollte jetzt eigentlich Nina suchen. Aber ich find's hier nicht. Ich werde auch keine Leiche reporten. Aber es ist halt dämlich, weil ich halt weiß, wer es ist. Oder ich sag mal, höchstwahrscheinlich weiß, wer es ist. Aber bis jetzt scheint es zumindest 50% wahr zu sein. Und deswegen gehe ich davon aus, dass sie 150% auch wahr sind. Aber wie gesagt, ab der nächsten Runde... Ich stell mich jetzt ein... Da unten liegt Sandra. Ich werde aber nicht reporten, weil... Ich dürfte ja theoretisch nichts sagen, aber Sims Arrow ist ja da und Jubilee ist auch da. Und da ist wurde reportet. Was war da für eine Party in Camps? Ich war fertig mit meinen Aufgaben und dachte, ich guck Camps. Da sind irgendwie viele Leute oder so. Ja, alle. Hast du das auch gerade gesehen, Chris? Ich so, hä? Report button? Hä? Es stehen hier drei Leute? Ich komme als letztes rein. Oben stehen Anna und Pero und Nina war, glaube ich, auch Camps. Nee. Nee, da war eine Leiche bei uns. Ich kam nach dir noch rein. Kann man von Camps aus in Atmen wenden? Ich glaube nicht. Ich glaube, von Camps aus ist zum Metway und Elektriker. Ja, genau. Weil es ist mega komisch, du hast es auch gesehen, Juli, oder? Da standen alle drin und unten rechts lag Sandra. Ich habe erst nur den Report button gesehen und dachte, hä, alle stehen da hier rum? Sie liegt auf dem Vent in Security, wo alle sind. Das ist ein Vent kill, also. Aber ich dachte, alle sind da. Ich sind auch. Also ich war gerade am Admin Table und es sind auch alle da. Außer ich, weil ich schwer im Admin Table. Aber wo warst du vorher? Also ich war bei Cafeteria, da bin ich runtergelaufen. War ich in Camps? Ich glaube nicht. Und dann bin ich zum Admin Table gelaufen. Da habe ich euch jetzt beobachtet, wie ihr alle schön fröhlich zusammen in Camps steht. Aber Chris, wir sind doch zusammen mit Sandra, sind wir noch aus, ich war das electrical oder so, irgendwie rausgekommen. Ja, wir sind, wir waren lower engine und dann bin ich links zu diesem, wo du 123456789 warst. Und da hat er eben gesagt, Chris ist, sass. Und ich habe noch so Witzen gemacht, dass ihr beide das am Ende doch seid und mich jetzt hier tötet, sozusagen wegfarmt. Aber es ist ja nichts passiert. Deswegen dachte ich, okay, Chris und Sandra sind es nicht. Ich habe den Kill von Sandra gar nicht mitbekommen. Nee, also Misha ist es safe. Misha ist es safe. Das hat Julia gesehen. Ja, Misha war es auf jeden Fall. Ja, wir sind auf jeden Fall noch ein Imposter unter uns. Anna ist definitiv ja raus, weil sie würde, dann hätte das ja gar nicht. Wenn Anna jetzt im Imposter ist, dann ist das die krass Welt der aller... Das ist so gut in der Aller-Game-Hochzeit-Pause. Ich meine, auf diese Idee bin ich gar nicht gekommen. Aber es wäre stark gewesen. Das ist ja so cool. Entweder ist es Kira oder Nina. Ich bin's nicht. Oh, schön. Ach, wir haben alle dabei zu tun. Wir haben es alle nicht hingekriegt. Oh. Ich hatte eigentlich gevotet. Na ja, egal. Also macht eure Aufgaben. Ich gebe mir Mühe. Ich laufe jetzt einfach nie... Ich laufe ich Nina nach, dann mache ich... Dann tue ich eigentlich einen Gefallen. Äh. Ich gehe jetzt einfach mit den anderen mit. Aber das... Tatsächlich wäre das so cool, wenn man halt einfach sagt, so, ja, ich wurde gespoilert und dann ist man Imposter. Das finde ich gerade ein bisschen schade, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin. Aber gut. Vielleicht beim nächsten Mal. Ne, zwei Mal kann ich das nicht bringen. Warum gucke ich jetzt an den Camps, wenn hier doch sowieso alle... rumwuseln. Ne, ich gehe jetzt nicht mit Nina mit. Ich gehe mit Pero mit. Ich bin jetzt einfach ihr Schutzengel. Ne, man kann ich auch nicht machen, weil Nina ist in der Nähe. Und da muss ich ja reporten. Ich weiß halt nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll. Äh. Ich laufe einfach rum. Ich gucke da mal beim Admin-Table. Nach die Lichter. Das ist jetzt gerade ein bisschen weird. Okay. Ich gehe einfach mit Juli mit. Ah, ich glaube, Nina ist hinter mir her. Wo sind die Camps? Wo könnte mich jemand sehen? Wo könnte jemand meine Leiche sehen? Okay, ich glaube, es ist Nina. Ja, ich auch. Und Nina ist als letztes mit Pero langgelaufen. Ich dachte nämlich Pero oder Nina, weil ich hätte nur Nina zugetraut, dass sie killt, wenn andere vor der Kamera stehen. Das würde nur Nina machen. Ja. Aber Leute, wir müssen jetzt mal ein bisschen weg von dem, ah, das würde nur Nina machen, weil Anna ist mittlerweile auch ein Haudegen geworden, ne? Ja, aber wie gesagt, Anna ist deswegen für mich raus, weil sie... Ja, ich meine nur, weil Anna eigentlich immer die Unschuldige ist und sie ist halt viel bad-ass mehr geworden und dann Becky genau das Gleiche. Ich hatte ganz von dem Kill abgesehen, diesen Kill kannst du trotzdem nur du gemacht haben, weil du mit Pero oben langgegangen bist. Ja, ich habe das auch als letztes mit Pero gesehen. Ihr seid in eine Richtung gelaufen. Nina, die Nummer. Gieß durch. Und jetzt so, Anna war es doch. Ja, bei Judi war es halt auch ein. Leute haben wir einfach mit Chris gelaufen die ganze Zeit. Wir zwei waren es nicht. Okay. Da sind wir uns diesmal einig. Wir haben letztes Mal ein Poster. Oh mein Gott, soll ich das machen? Soll ich dritter Imposter sein? Ich glaube, ich mache das einfach den dritten Imposter. Okay. Anna? Ja, ich weiß halt nicht, was ich machen soll, weil ich weiß... Ich weiß einfach, du kannst entweder skippen oder... Hallo? So richtig gruppenzwangmäßig. Ja, also Chris und ich können uns halt decken gegenseitig. Außer es ist Anna. Ey, dann brüll ich jetzt scheiße, wirklich. Aber dann wissen wir, dass es Anna ist. Diesmal wir zwei sind... Sind sie nicht. Yes! Nina, du hättest skippen müssen. Aber das war krank, oder? Boah, mein Schatz hat nämlich gerade noch geschrieben. Anna, mach den dritten Imposter und skippe. Oh Gott sei Dank. Warum starte ich immer im Emergency? Oh Gott, ich kann nicht mehr reden, Leute. Läufe einfach mit Becky. Minnie ist da und macht die Task. Becky macht da was und ich gehe einfach weiter und hoffe, dass wenn ich hier getötet werde, mich jemand findet. Ich langsam ein bisschen Hunger. Ich hatte Lust auf Schokolade. Okay, Becky ist da. Ich müsste zu Shields runter. Minnie und Becky. Oh Gott. Und Sims Arrow. Ich habe hier einfach rundenlang in der Hoffnung, dass ich entweder einen Report-Button sehe oder... Okay. Oh! Wo? Hashtag, lass Sandra leben! Oh, Mann. Bisher hat es auch gut funktioniert. Warte mal. Boah, ich hab so ausgerastet, weil niemand zum Reaktor gelaufen ist. Ich wollte gerade hochlaufen. Juli war da noch. Ja, ich glaube auch, es ist Juli gewesen, weil Juli ist so... Ja, Juli ist da so komisch weggelaufen. Alter, ich habe Pascal gesehen und dachte mir so, Pascal, bitte sei nicht sass, komm mit zum Reaktor. Und dann sind da alle, Nina, Becky, plötzlich alle rumgelaufen. Ich so, wieso geht denn niemand zum Reaktor? Nee, nee, nee. Wo liegt denn die Leiche? Die Aussage von Juli kann ich unterstützen. Ah, du seid ja zusammen im Poster. Nein, weil ich habe ja mit dir und Aero auch umgehangen. Ihr seid direkt so ausgeflippt. Wo war die Leiche? Ja, wo ist die Leiche überhaupt zwischenzutun? Da war ich da nicht mal. Das kann Pascal auch bestätigen. Ich war nicht weiter. Also ich kann nur sagen, dass Juli wirklich ganz komisch da oben rausgelaufen ist, weil ich bin nämlich dann zur Seite gelaufen, weil ich so dachte, okay, guckst du mal, wer da ist. Pascal stand noch am Download und Juli ist so ganz komisch hin und her gelaufen, anstatt einfach zum Reaktor zu laufen. Ich habe auch den Body, das habe ich vermutet. Und mein Daumen hat ein bisschen gedauert und dann wollte ich mit Juli losgehen. Hallo und herzlich willkommen. Seid ihr Impostor Buddies oder nur Buddies? Ja, und ich denke, du warst mehr gekommen. Ja, oder Nina und Becky sind die Impostor Buddies und haben hier den Kill gemacht und dachten, oh, wird keiner merken. Alle gehen zum Merkern. Ich habe dich übrigens beispielsweise gar nicht gesehen. Ich habe niemanden gesehen. Also Becky ist für mich auch nicht raus, ne? Das will ich nicht sagen. Ich habe Mini und Becky bei Navigation gesehen und dann war ich weg. Das letzte Mal, als Nina so einen Verdacht hatte, war das da mit Anna, damit es mit dem Anna so nach Rätsel gelaufen war. Ja, danke schön, Pero. Danke schön. Hätte, Becky, hätte Andrea auch töten können in der Zeit? Ja, okay. Was macht ihr jetzt? Gibt ihr erstmal? Ich habe jetzt gebt, also. Ich habe Nina gevotet. Das ist eine Trotzreaktion. Das ist eine Trotzreaktion. Nein. Es ist Juli. Leute, ich schwöre, es ist Juli. Es ist sowas von Juli. Aber Nina hat mich jetzt schon so ungestreut. Wenn Nina so was immer weiß. Hallo, hey. Hört auf Pero. Ich mache es einfach mal hier runter. Gemeinsam mit Mini. Der erste Versuch beim Kartenswipe. Und das hat funktioniert. Ich bin gerade so ein bisschen stolz auf mich. Und das wird mir natürlich niemand glauben, wenn gefragt wird. Ja, warum warst du so schnell da weg? Ja, ich habe Kartenswipen beim ersten Mal hingekriegt. Ja, als ob. Direkt sass. Direkt sass, wenn man Kartenswipen beim ersten Mal hinkriegt. Okay, lauf. Lauf, mein kleines Männchen, lauf. Bitte, bevor ich getötet werde. Äh, also Juli war sass. Wo muss man hier stehen? Da. Es ist Chris. Wow. Wow. Okay, jetzt kann ich wieder in den Chat gucken. Ähm. Oh. Oh mein Gott. Nina versteht das von letzter Runde immer noch ein bisschen fern. Ich habe Becky gegeben noch gesehen. Ich habe Anna gefunden. Ich habe die Leiche erst nicht gesehen und habe nur den Report-Button gesehen und war so, was, was, wo? Wo? Und dann lag schwarz rum und das ist... Ich habe nicht reportet. Und wo? Piro hat die Report. Ich habe Becky vorhin noch in, ähm... Ach, Becky ist auch cool. Bei Simon Says gesehen. Da habe ich sie kurz gesehen, als ich runtergelaufen bin. Ich brauche da immer fünf, sechs Anläufe. Anna liegt bei Shields. Ist Becky nicht gerade gestorben? Ich habe Anna gefunden. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass Becky tot ist. Ich bin zwei gestorben. Becky und Anna. Becky ist auch gestorben. Ich habe sie eben noch lebendig gesehen. Okay, krass. Wo hast du sie lebendig gesehen, Mieter? In der Weg, nee, nicht Navigations. Auch Reaktor. Bei Simon Says habe ich sie gerade gesehen. Okay. Das kann noch nicht lange her sein, der Kill. Zwei verschiedene Seiten. Also dann würde ich meinen Sass für die, für sie diesen Kill zumindest zurücknehmen von Juli, weil Juli und Pascal in Navigation waren und dann darüber zu kommen, wäre schon extrem schnell da. Das kann ich bezeugen, weil ich habe sie gesehen, wie geht es auch so runtergelaufen. Ja, ich bezeuge, dass ihr das auch wahrscheinlich nicht wahr. Ich bin nur an Juli vorbei, also ich habe nur Juli wahrgenommen, weil dieses Dunkelgrün so ganz eigentlich nur ich Mini und Kero sein. Wo bist du, wo hast du Juli gesehen? Als ich runtergelaufen bin von Navigation. Ich habe Juli gar nicht gesehen. Von, ist sie von unten. Da war sie in der Fall. Du bist auch bei Reaktor. Pero, Pero, Pero. Wo? Ich hätte ich gehört, dass ich bei O2 gesehen habe, dass ich runtergelaufen bin. Ich gucke mir gerade die Karte an. Kann ja, die wollen wir noch nicht. Ja, und ich bin ja zu Schiels runtergelaufen. Na, kurz vor dem Kill. Also nicht kurz vor dem Kill, sondern kurz bevor ich den Becken und sein dran nehme. Pero hast du ihn dann gesehen. Es ist Chris. Ich bin da, ich bin in Atmen, ich bin in Atmen, in Atmen. Das kann ich bezeugen, weil wir nebeneinander gerade stehen und dann genau in dem Moment der Report. Ist Nina wieder, bist du obenrum wieder zurückgegangen? Ja. Okay. Ich will da noch. Vor allem, es sind Becky und Sandra und die beide sind tot. Oh mein Gott, ich stand gerade so auf dem Schlauch. Andrea, ich habe das immer noch nicht verstanden. In Shields. Shields, okay. Ich war nämlich gerade von oben, von Matt Bay, wenn ich zu den Camps gelaufen war, also da war so komplett auf dem Schlauch gestanden. Da hat Becky ja getötet worden. Aber ich habe nicht mehr gesehen. Warum habe ich meinen Sass von Juli zurückgenommen? Shields ist voll nah bei Navigation. Ja, aber ich war immer noch mit Pascal. Also Nina, deswegen dachte ich, du wärst es, weil wir haben dich dann nicht mehr gesehen. Ich glaube, es sind Juli und Pascal. Oh Leute, ich habe Piro die ganze Zeit gehört, weil ich Piro noch auf Stumm hatte, ich Esel. Ah! Also wenn mir irgendwas entgangen ist, färb ich bitte das beim nächsten Meeting auf, ja. Okay. Danke. Es ist mal wieder Chris. Das war jetzt der zweite Kill, den er so heimtückisch bei mir gemacht hat. Vicky, herzlich willkommen. Danke fürs Folgen. So, das passt ja perfekt, dass ich hier meine Tasks habe. So, ich habe jetzt noch einen gut bei Chris. Weil der Kill... Der war fies. Storage da unten. Man kann auch einfach den Pfeilen folgen, aber ich versuche immer so eine Reihenfolge reinzubringen. Aber vielleicht sollte ich das auch nicht machen. Cat and Cat, herzlich willkommen zurück. Headquarters. Ah, Nina ist tot. Jemand irgendwas erkannt in dem Chaos? Ich glaube, es war... Nein, ich habe Juli erkannt, weil ich bin gerade zur Tür und dann habe ich dunkelgrün kurz vorspringen sehen. Ich habe auch mal wieder so gesehen, aber ich weiß es nicht. Ich bin als letztes gerade reingekommen, da war alles schon fertig. Ich habe mich schon noch nach oben rennen sehen oder irgendeiner Standort. Da kam report. Das ist jetzt echt eine super geniale Taktik vom Imposter. Also es muss ein sehr schlauer Imposter sein. Ich kam mir auch darauf, dass es Imposter war. Weil Misha zuerst in den Raum rein, in Electrical. Ich bin extra nicht mit rein und es ging das Licht aus. Also es sind noch zwei Imposter da. Und ich kam vor, dass es eine Taktik war, dass sie zuerst da reingegangen sind. Weil niemand rausgeworden wurde bisher. Und ich glaube, es sind Chris und Juli. Immer wieder ich. Nee. Ich dachte, ich habe dann eine Task. Ich habe gerade beide bei Reaktor waren. Chris, lass mich ausreden. Weil ich mit mir eine Task habe, aber einfach dem Fall hinterher gelaufen bin und deswegen bei Electrical rein. Hab dann gesehen, ah okay, Licht geht aus und dann dahin. Wollte gerade wieder raus, weil das Licht wieder angegangen ist. Und dann kam das Deckel, den ich halt noch gesehen habe. Und ich bin der Meinung, das war Juli. Ähm, ja. Ja, ich weiß, dass ich sass bin und vor allem, weil Nina mich gesasst hat. Wäre es von meiner Seite aus ja ziemlich dumm, sie zu töten, weil dann alle gleich denken, dass ich es bin. Ja, im Stackel kann man ja nicht kontrollieren, wem man tötet. Das wollte ich auch gerade sagen. Ein Stackel ist ja, oder? Kann man da... Ja, nee, das kann man nicht. Man drückt einfach drauf und es ist halt einfach präsent, wer am nächsten steht oder so. Also es waren halt auch alle auseinander gestrungen danach. Ich habe dann auch, also ich war zu lange im Report. Wer war alles im Stack? Ich war im Stack. Ich war im Stack. Ich, Pascal. Ich bin nicht mit dem Raum. Und ich. Also ich bin halt schon wieder an der Tür. Und Pascal und Musi sind auch die ganze Zeit zusammen rumgelaufen. Und sie standen auch total lange zusammen im Admin. Und ich wollte nur kurz gucken, wo die Leute so sind. Und ich bin gleich wieder raus, weil ich echt ein bisschen Angst hatte vor den beiden, muss ich sagen. Und ich habe das Problem, dass ich gerade mit Niesen zusammenschließen und damit gesessen habe. Piero ist ja auch weiter zu zweit rum. Ja, aber ich glaube im Netz wegen, oder? Ja, wo war Oscar und Minnie? Wo war Minnie? Ähm. Wo war ich? Du, ich vote dich. Es ist nichts Persönliches. Ich bin glücklich. Pascal, du wünschst mich. Ich vertraue mir doch. Ja, tu ich, aber es ist nichts Persönliches. Alter, noch ein Kind. Sie müsste noch einen Kind machen. Wer hat mich gebotet? Warum? Was? Ich glaube, es ist Misha. Oder? Warum immer ich, Leute? Also Misha ist halt richtig gut im Killen. Aber Chris ist halt mittlerweile auch richtig, richtig gut geworden. Das ist eigentlich schon fast erschreckend. Und Becky ist auch mittlerweile wirklich gut. Ich glaube langsam, ich bin der einzige Noob, den wir überhaupt noch haben. Hi Misha. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Ne, da oben. Hä, wo muss ich hin? Hä, muss ich nicht da unten hin? Da muss ich auch hin. Oh mein Gott, wie viele Tasks habe ich bitte noch? Jojo, herzlich willkommen und danke fürs Folgen. Ach, die Task. Okay, das ist ausreichend. Oh, Storage muss ich jetzt noch. Krass. Einfach nur krass. Chris, ich hab einen gut bei dir. Sehr gut. So stark. Das mouse oder? Das tut gut. Also kleine Klischeibenggeld. Das sind meine Übergends.